Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Bundesminister des Auswärtigen Heiko Maas. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir über Fortschritt sprechen, unterliegen wir manchmal gefährlichen Illusionen. Als vor 71 Jahren erstmals das Wesen der Menschenrechte beschrieben wurde, und zwar als unteilbar, unveräußerlich, universell, da war das ein gewaltiger Fortschritt. Und ja, wir haben in der Zeit bis heute viel erreicht, um diesem Streben auch mit Taten gerecht zu werden. Allerdings, manchmal neigt man auch dazu, den Fortschritt als etwas allzu Selbstverständliches zu empfinden. Und die letzten Jahre haben vor allen Dingen eines gezeigt, es gibt keinen Automatismus für den Fortschritt beim Menschenrechten. Stattdessen erleben wir einen besorgniserregenden Pushback, und zwar weltweit. In immer mehr Ländern und, ja, auch im Westen, auch dort geraten Menschenrechte unter Druck. Wie weit wir von einer tatsächlich gelebten Universalität der Menschenrechte entfernt sind, das zeigt der Blick auf die vielen Konflikte, mit denen wir es zurzeit zu tun haben. Gefangene werden in Syrien zu Tode gefoltert. Mehr als eine Million Uiguren sind in China in Lagern interniert. Und kritische Meinungsäußerungen werden etwa in Venezuela brutal unterdrückt. Würde ich diese Liste fortführen, wäre das nicht möglich, weil mir zu wenig Redezeit zur Verfügung steht. Meine Damen und Herren, es hilft aber wenig, diesen Pushback nur zu beklagen. Was wir brauchen, ist vielmehr eine neue Entschlossenheit, Menschenrechte nicht nur zu verteidigen, sondern sie sogar auszubauen und zu stärken. Wie schwierig das aber sein kann, das haben wir selbst gerade im April erlebt, als wir die Präsidentschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatten. Dort wurden beharrlich sogar Selbstverständlichkeiten bei der Verhandlung zu einer Resolution zum Kampf gegen sexualisierte Gewalt in Konflikten infrage gestellt. Und zwar auch von Seiten, von denen wir das überhaupt nicht erwartet haben. Doch am Ende konnte man diese Resolution verabschieden. Und es zeigt sich, dass auch wenn es schwieriger wird, es sich lohnt, für Menschenrechte überall einzusetzen und vor allen Dingen bei den Vereinten Nationen. Meine Damen und Herren, diesen Kampf für Menschenrechte, den müssen wir entschlossen weiterführen. Und das werden wir auch tun, insbesondere wenn wir ab Januar parallel im Menschenrechtsrat und im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzen. Das ist eine Chance, eine Chance für uns und die wollen wir nutzen. Meine Damen und Herren, die großen Herausforderungen unserer Zeit, sei es die Digitalisierung, die Globalisierung, die Migration oder auch der Klimawandel, die kennen nicht nur keine Grenzen, sondern sie haben auch allesamt massive Auswirkungen auf die Umsetzung der Menschenrechte weltweit. Und die Antwort darauf kann eigentlich nur sein, dass wir auf der internationalen Ebene so etwas brauchen wie eine Allianz für Menschenrechte. Und eine solche Allianz haben wir gerade am Dienstag hier in Berlin auf einer großen Konferenz im Auswärtigen Amt im Rahmen der Allianz für den Multilateralismus ins Leben gerufen. Herr Bundesminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der FDP? Gerne. Bitte, Herr Kollege. Herr Minister, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben ja mehrmals gesagt, dass die Menschenrechtspolitik, dass Menschenrechte universell und unteilbar sind. Und es ist aus meiner Sicht grundsätzlich richtig und gut, wenn der deutsche Außenminister bzw. die Bundesregierung sich für die Menschenrechte weltweit einsetzt. Herr Minister, ich will Ihnen nur eine Frage aus der Praxis stellen. Es gab einige Demonstrationen im Iran in den letzten Tagen. Allein innerhalb von fünf Tagen sind über 300 Menschen erschossen worden. Viele tausende Menschen sitzen jetzt dort im Gefängnis. Einige werden gefoltert und demnächst verurteilt. Und erstaunlicherweise, Herr Minister, waren Sie bis zum heutigen Tag nicht ein einziges Mal in der Lage, diese eklatanten Menschenrechtsverletzungen zu verurteilen. Von Ihnen habe ich bis zum heutigen Tag zu diesem Thema nichts gehört. Herr Minister, ich bitte Sie, ich fordere Sie auch, hier im Deutschen Bundestag diese Menschenrechtsverletzungen zu verurteilen. Und vor allem sind Sie in der Lage, heute und hier Stellung zu beziehen, Herr Minister. Sehr geehrter Herr Kollege, es mag Ihnen vielleicht nur entgangen sein, aber wir haben das, was im Iran geschieht und vor allen Dingen die vielen Toten, die es gibt, von denen wir noch nicht einmal wissen, wie viele es sind. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um mehrere Hundert handelt, dass das von uns aufs Schärfste verurteilt worden ist. Menschen, die von ihrem Recht Gebrauch machen, ihre Meinung zu sagen oder sich in der Öffentlichkeit zu versammeln, müssen geschützt werden. Sie werden durch die Menschenrechte geschützt. Und wer dagegen verstößt, der darf sich nicht darauf verlassen können, dass das auf der internationalen Bühne verschwiegen wird. Das gilt für den Iran. Das gilt im Übrigen für die Entwicklung, die wir im Irak in den letzten Wochen gesehen haben. Und das gilt natürlich für Syrien. Und natürlich verurteilt die Bundesregierung die Geschehnisse im Iran aufs Schärfste. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wichtig ist, wenn wir handlungsfähig bleiben wollen, dass wir auch in Europa einheitlicher auftreten. Nur wenn wir zu Menschenrechtsfragen uns als Europäische Union klar positionieren, wird es gelingen, diese Werte auch erfolgreich zu verteidigen und vor allen Dingen dabei selber auch glaubwürdig zu bleiben. Deshalb haben wir uns bei der letzten Sitzung des Außenrates der Europäischen Union nicht nur dafür eingesetzt, sondern ein Projekt auf den Weg gebracht, das der Europäischen Union dabei Glaubwürdigkeit vermitteln soll, nämlich ein Sanktionsregime bei Menschenrechtsverletzungen. Das ist ein Punkt, bei dem die Europäische Union mehr tun kann. Und sie wird das in Zukunft tun. Darauf haben wir uns verständigt. Meine Damen und Herren, Glaubwürdigkeit heißt aber auch Nationalglaubwürdigkeit. Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird international zugetraut, dass wir eine führende Rolle bei der Stärkung von Menschenrechten einnehmen. Und wir wollen diese Rolle auch einnehmen. Und dafür müssen wir glaubwürdig sein. Wir müssen nicht nur auf andere zeigen, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere selbst gesteckten Ziele national erreicht werden. Der aktuelle Menschenrechtsbericht der Bundesregierung zeigt, dass auch wir uns nicht auf erfolgten Fortschritten ausruhen können. Und eine erste Auswertung des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte hat gerade eines deutlich gemacht. Eine Mehrheit der Unternehmen erfüllt die Vorgaben des nationalen Aktionsplans noch nicht. Nur knapp ein Fünftel der Unternehmen setzt derzeit die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht um. Und von daher, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir begonnen, über die Ausgestaltung möglicher gesetzlicher Regelungen zu sprechen. Nicht als Gängelung, sondern um vorbildliches Verhalten von Unternehmen zu belohnen und die schwarzen Schafe zur Rechenschaft zu ziehen. Auch das hat etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Meine Damen und Herren, aber auch das reicht nicht aus, denn ein nationaler Alleingang wird die Probleme nicht lösen. Und deshalb streben wir auch an, einen Aktionsplan der Europäischen Union zu verantwortungsvoller Unternehmensführung umzusetzen. Und wenn wir im nächsten Jahr die Ratspräsidentschaft innerhalb der Europäischen Union haben, haben wir eine gute Gelegenheit, dem auch Nachdruck zu verleihen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der englische Historiker Henry Thomas Buckle hat einmal gesagt, der größte Feind des Fortschritts ist die Trägheit. Und er hat Recht. Wir dürfen nicht zufrieden sein, sondern wir müssen uns weiter weltweit für das einsetzen, was für 71 Jahre formuliert wurde, die Menschenwürde für alle, universell, unveräußerlich und unteilbar. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Jürgen Braun, AfD. Herr Präsident, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Bericht zur Menschenrechtspolitik ist wichtig. Weltweit werden Menschenrechte mit Füßen getreten. 232 Seiten erscheinen angesichts der Lage auch keinesfalls zu viel. Ausführlich, eigentlich aber ausufernd, wird eine Vielzahl von einzelnen Gruppen minutiös beschrieben. Die Zahl der Seiten sagt aber wenig über die Qualität des Berichts aus. Nimm das Recht weg. Was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Papst Benedikt XVI. zitierte hier im Deutschen Bundestag vor acht Jahren diese zentrale Aussage des heiligen Agustinus. Benedikt, dieser große Denker, sieht den Staat als Räuberbande, wenn nicht das Recht herrscht. Die Regierung Merkel hatte schon damals mehrere große Rechtsbrüche auf dem Gewissen. Schon damals, übrigens unter Mitwirkung der FDP damals, den illegalen Ausstieg aus der Kernkraft, ein Verfassungsbruch, die illegale sogenannte Euro-Rettung, ein Bruch des EU-Rechts. Der Staat ist dazu da, die Rechte der Bürger zu schützen. Das ist seine Hauptaufgabe. Schon vor acht Jahren hatte die Regierung Merkel diesen Auftrag des deutschen Volkes missachtet. Und der Papst aus Deutschland hat ihr den Spiegel vorgehalten. Der Islam ist weltweit die größte Gefahr für die Menschenrechte. Davon lesen wir in diesem Bericht nichts. Heute sind die islamischen Staaten der zahlenmäßig größte Block innerhalb der Vereinten Nationen. Auf diesen islamischen Block nehmen bereits heute die anderen Staaten Rücksicht. Unser Dank, unser Druck, unter Druck wird aber hierzulande diejenigen, die wirklich den Schutz Deutschlands bräuchten, unter Druck sind christliche Flüchtlinge. Sie treffen in Aufnahmeeinrichtungen allzu oft ihre Peiniger aus den Herkunftsländern wieder und werden weiter von ihnen verfolgt. Davon steht nichts im Bericht der Bundesregierung. In vielen Ländern schwere und schwerste Menschenrechtsverletzungen. China, Nordkorea, Venezuela. Staaten, in denen der Sozialismus herrscht. Die Herrschaft des Kollektivs ist das Gegenteil der Freiheit des Einzelnen. Die Gefahren, die hier lauern, kommen im Bericht der Bundesregierung zu ihrer Menschenrechtspolitik ebenfalls nicht vor. Multilateralismus und globales Handeln werden angemahnt und gelobt. Dabei wird unterschlagen, dass bis zum heutigen Tag nur ein Nationalstaat wirklichen Schutz für Bürger bietet. Nur der Nationalstaat schafft es, den Bürgern ihre Grundrechte und Menschenrechte zu garantieren. Nur ein Staat, der auch Grenzen kennt, ist in der Lage, die grundlegenden Rechte der Menschen zu schützen, die in ihm leben. Das alles verschweigt die Bundesregierung. Sie übergießt stattdessen ihren ganzen Bericht mit einer süßlichen Multilateralismus-Soße. Aktuell erleben wir hierzulande Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Von der Bundesregierung dazu kein Wort der Kritik. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, um das es hier geht, wird von vielen Verteidigern der Freiheit hart kritisiert. Und in diesem Bericht der Bundesregierung wird das NetzDG sogar gelobt. Das Internetzensurgesetz, das ist eine Verhöhnung der Menschenrechte. In der Bundesregierung fehlt das Gespür für das Freiheitsbedürfnis der Menschen. Gerade die CDU sollte es doch wissen. Konrad Adenauer hat ja bereits 1948 ins Stammbuch geschrieben. Die persönliche Freiheit ist und bleibt das höchste Gut des Menschen. Heute ist dieser Satz wichtiger denn je, dieser Satz Konrad Adenauers. Die meisten Deutschen trauen sich nicht mehr öffentlich, ihre Meinung zu sagen. Es herrscht ein Klima der Angst in diesem Land. Sie, Herr Maas, sind dafür mitverantwortlich, für dieses Klima der Angst. Das brennende Problem des Antisemitismus umschleicht die Bundesregierung ebenfalls, wie die Katze den heißen Brei. Denn auch hier geht es letztlich um den Islam. Michael Wolfson, einer der profiliertesten Denker im heutigen Deutschland, benennt das in der Neuen Zürcher Zeitung. Der muslimische Antisemitismus ist der gefährlichste. Zitat Ende. Der Bundesregierung fehlt der Mut, das klar auszusprechen. Einseitigkeit zugunsten des Islam, Blindheit gegenüber dem islamischen Fundamentalismus. Kein Gespür für die persönliche Freiheit der Bürger. Der Bericht der Bundesregierung zur Menschenrechtspolitik ist, um es auf einen Punkt zu bringen, ein Dokument der Schwäche. Sagt Jürgen Braun von der AfD. Der 10. Dezember ist der internationale Tag der Menschenrechte. Heute hier also die Debatte über die Menschenrechte, unter anderem zum 13. Mal der Bericht über die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung. Und der nächste Redner ist Michael Brandt, der Sprecher für Menschenrechte der CDU-CSU-Fraktion. Sie haben gedroht, meine Mutter zu töten, wenn die Aufnahmen über Ihre Aussagen zu den Lagern in der Provinz Xinjiang veröffentlicht werden. Das, lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, berichtet der Menschenrechtsaktivist Ferkat Jafdat, der New York Times, aktuell. Seine Mutter war auch wegen seines Einsatzes in den USA mehrfach in Lagern inhaftiert, hat Schreckliches erlebt und gesehen. In der New York Times sind ihre mutigen Aussagen in einem Konzentrationslager, Concentration Camp, wie er es nennt, nachzulesen und zu hören. Sie ist bereit, für die Wahrheit mit ihrem Leben zu bezahlen. Was die schwer gezeichnete Mutter berichtet, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Totale Überwachung bis in den Schlaf, überfüllte Zellen mit bis zu 20 Personen ohne sanitäre Möglichkeiten, Verweigerung medizinischer Hilfe, Schläge, Anketten der Häftlinge, Vergewaltigung, Folter, ein echtes Horrorszenario. Es gibt Berichte über Zwangssterilisierung wie zu dunkelsten deutschen Zeiten. Das alles kann nur ein Ziel haben, damit es möglichst bald keine Uiguren mehr gibt. Man kann sich von der Tapferkeit dieser Frau, die ihrem Sohn sagte, er solle ihre Aussagen trotz der Drohung veröffentlichen, nur verneigen. Diese Frau spricht offen über die Verbrechen des Regimes. Auch wir fordern als Deutscher Bundestag die chinesische Führung auf. Stoppen Sie die Drohung gegen diese schwerkranke Frau. Und vor allen Dingen stoppen Sie die unmenschlichen Verfolgungen gegen Millionen von Unschuldigen. Wir werden zu diesen Verbrechen hier nicht schweigen. Wir werden hier Zeugen von nichts weniger als systematischem staatlichen Terror gegen bis zu drei Millionen unschuldigen Zivilisten, die nur ein Verbrechen begangen haben. Sie gehören der Minderheit der Uiguren an. Der Chef der KP in der Bruins Xinjiang, der früher die operative Umsetzung dieser Vernichtungsstrategie steht, hat schon den Vernichtungsfeldzug gegen die 4.000 Jahre alte einzigartige Kultur der Tibeter geführt. Dort war im Übrigen das einzige Verbrechen, Tibeter zu sein. Die dynamisch wachsende Minderheit von derzeit über 80 Millionen Christen wird ebenfalls brutal unterdrückt, die Lage für die Menschenrechte immer schlimmer. Es ist eindeutig, dieses neue chinesische Regime hat eine neue Qualität. Das Regime will auch keinen Dialog mehr über Menschenrechte. Der staatliche Terror zeigt, wie sehr Xi persönlich die Menschenrechte verachtet. Und der Menschenrechtsdialog zwischen Deutschland und China, den Peking in den letzten Jahren regelmäßig abgesagt hat, ist für China auch einfach geworden, Herr Außenminister. Denn Probleme werden in der Tat angesprochen, aber ohne jede Konsequenz und Wirkung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, entweder man führt den Dialog offen und über alle relevanten Fragen, oder man beugt sich der Blockade. Ein reines Feigenblatt bringt für Menschenrechte null. Das ist die bittere Wahrheit. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die China-Kebels sind nur die Spitze des Eisberges. China ordnet weltweit die meisten Hinrichtungen an. Ein schlimmes Kapitel ist der illegale Organhandel durch den Staat. Man muss die Berichte ernst nehmen. Die Lager wurden auch abgestritten, bis es nicht mehr anders ging. Menschen werden termingerecht, regelrecht ausgeschlachtet. Darüber wird bei uns kaum gesprochen. Im Übrigen auch nicht im aktuellen Menschenrechtsbericht. Obwohl, jedenfalls nicht substanziell in diesem Menschenrechtsbericht, obwohl es ein Schwerpunktthema im aktuellen Bericht sein soll. Das alles hat System. China installiert einen Totalitarismus 2.0. Totale Unterdrückung und mittelalterliche Brutalität. Andere Regime, auch das gehört zur Wahrheit, von Russland bis Saudi-Arabien, sind an diesem Totalitarismus made in China bereits interessiert. China, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Testfall für die Zukunft der Menschenrechte global. Das Regime Xi testet seinen Kurs immer wieder, auch gegenüber uns. Leider werden wir leiser, treten zu leise auf. Das Motto wurde, leise, leise, nur nicht zu provozieren. Die Menschen in der DDR hätten null Chance auf Freiheit gehabt, wenn die freie Welt damals in deutlich gefährlicherer Lage so leise geblieben wäre, wie wir es heute gegenüber China sind. Wir haben den Kalten Krieg gegen eine totalitäre Gefahr gewonnen. Nun dürfen wir nicht nachträglich verlieren, weil wir nicht mehr die Kraft haben, für unsere Werte und unsere Ideale von Menschenrechten einzutreten. Nicht nur bei dieser aktuellen Debatte, sondern im außenpolitischen und wirtschaftspolitischen Tagesgeschäft brauchen wir eine strategische Neuorientierung. Weiter leise zu treten, ist angesichts der Bedrohung von China, Russland und anderen autoritären Staaten keine Option mehr. Es geht auch nicht alleine um China. Es geht auch um uns. Wir verteidigen nicht mehr genug das, was uns eigentlich ausmacht. Grundrechte, Freiheit und Demokratie. Es ist für die Zukunft unseres Landes wichtig, dass wir diesen Test bestehen. Nehmen wir uns diese tapfere Frau zum Beispiel. Lassen wir uns unsere Standhaftigkeit nicht abkaufen. Menschen in aller Welt schauen auf die, die als freie Welt gelten. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Jetzt hat das Wort der Kollege Peter Heid, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, der 13. Menschenrechtsbericht der Bundesregierung besteht aus einer langen Liste einzelner Maßnahmen und Projekte. Er ist alle nur beschreibend, ohne Schwerpunkte, ohne problemorientierte Darstellungen. Das haben selbst die Regierungsfraktionen jetzt in ihrem Antrag erkannt. Auch eben der Kollege Braun hat ja fast schon eine Oppositionsrede gehalten. Wirklich konkrete Verbesserungen werden aber in dem Antrag der CDU, CSU, SPD leider nicht gemacht. Bei der Betrachtung der Menschenrechtslage über den Bericht hinaus stelle ich eindeutig fest, dass es weltweit um die Menschenrechte nicht gut bestellt ist. Die Entwicklung in vielen Ländern ist mit großer Sorge zu betrachten. Es gibt eine steigende Tendenz von Menschenrechtsverletzungen und es gibt gerade auch gegenüber Frauen eine steigende systematische Verletzung von Menschenrechten. Deutschland hat weltweit ein sehr hohes Ansehen in dem Bereich Menschenrechte. Das merkt man, wenn man mit Vertretern anderer Staaten redet. Ich habe das jüngst bei einer Delegationsreise des Ausschusses für Menschenrechte in Den Haag bei den Staatsgerichtshöfen erlebt. Umso wichtiger wäre es, dass Deutschland seinen guten Ruf einsetzt, um eine deutliche Verbesserung bei den Menschenrechten zu erreichen. Insgesamt muss man aber feststellen, dass Deutschland viel zu zögerlich und wenig strukturiert agiert. Warum hat die Bundesregierung so wenig Zutrauen zu der eigenen Courage? Herr Minister, ich hatte gestern ein Gespräch mit Botschaftern aus Brasilien, Peru und Kolumbien. Wissen Sie, was diese Kollegen gesagt haben, was sie gewünscht haben? Bitte mehr Engagement von Deutschland. Deutschland braucht eine kohärente und strategisch ausgerichtete Menschenrechtsstrategie mit klaren Zielen einer politischen Priorität zu setzen, und das im europäischen Kontext. Im Bericht wird der Anspruch der deutschen Menschenrechtspolitik hervorgehoben, dass der Einsatz für die Menschenrechte eine alle Politikfelder durchziehende Querschnittsaufgabe sei. Ja, richtig. Aber dann muss diese auch gelebt werden. Wir Freien Demokraten fordern hier vor allen Dingen, dass multilateralen Bemühungen der Vorzug vor bilateralen Bemühungen gegeben wird. Das unterscheidet uns doch eigentlich alle von der AfD. Ein gutes Beispiel für diese halbherzige Vorgehensweise Deutschlands ist die International Commission on Missing Persons. Ja, Deutschland leistet eine finanzielle Unterstützung. Aber warum ist nicht Deutschland auch Mitglied in dieser Organisation? Die ICMP leistet hervorragende Arbeit bei der Suche nach vermissten Personen, insbesondere im Zusammenhang auch mit Kriegsverbrechen. Das ist eine sehr wichtige Arbeit, gerade wenn man dann solche Menschenrechtsverbrechen auch dann strafrechtlich verfolgen will. Das sollte heute ein aktiver Teil dieser Organisation sein. China, ein absoluter Problemfall. Die China Cables haben den Verdacht beschädigt, dass über eine Million Reguren in der chinesischen Provinz Xinjiang zwangsweise interniert und umerzogen werden. Sarkastisch könnte man ja sagen, China hat eine lange Tradition von Menschenrechtsverletzungen. Tibet, das des himmlischen Friedens. Hongkong, jetzt in Xinjiang. Im Umgang mit China ist weniger Naivität und mehr Realismus gefragt, meine Damen und Herren. Die versteckte Entwicklungszusammenarbeit mit China muss genauso beendet werden wie die Zinssubvention. Zudem dürfen staatsnahe chinesische Konzerne keinen Zugang zu kritischer Infrastruktur bekommen. Und weiterhin halten es die Freien Demokraten für unbedingt geboten, ein EU-weites Magnitsky-Gesetz zu etablieren. Dies würde gezielte Aktionen gegen sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Akteure ermöglichen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Zum Beispiel durch die Einstellung von Guthaben oder Einreiseverboten. Ein entsprechendes Aktionssystem, welches global gemeinsam mit den Vereinigten Staaten umgesetzt werden könnte, verspricht konkrete Maßnahmen, die in die Täter von schweren Menschenrechtsverletzungen und damit eine wirksame Handhabe. Schließlich fordern wir die Bundesregierung zur proaktiven Verteidigung digitaler Freiheitsrechte auf. So wie die Digitalisierung allgemein voranschreitet, eröffnet dies neue Möglichkeiten. Aber es gibt auch neue Möglichkeiten für Überwachung und Unterdrückung. Mehr Anstrengungen in diesem Bereich sind ganz dringend geboten. Vielen Dank. Das war Peter Eid von der FDP. Nächste Rednerin, Zaklin Nastic für die Linksfraktion. Hier geht es um Menschenrechtspolitik heute Morgen im Deutschen Bundestag. Herr Präsident, meine Damen und Herren, bei intensiver Beschäftigung mit dem Menschenrechtsbericht der Bundesregierung kommt ein Verdacht auf. Ihre Politik verwechselt die Würde der Mehrheit der Menschen mit der Gewinnmacherei einer Minderheit. Zwar schreibt die Bundesregierung in ihrem Bericht, Zitat, Beschäftigung dient nicht nur der Sicherung des Lebensunterhaltes, sondern ermöglicht Arbeitnehmerinnen auch gesellschaftliche Teilhabe und soziale Integration. Aber wie sieht denn Ihrer Meinung nach gesellschaftliche Teilhabe eigentlich aus, wenn für dreieinhalb Millionen Menschen nach Feierabend noch ein zweiter Job auf sie wartet, um überhaupt überleben zu können? Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung widerlegt auch die Behauptung aus dem Bericht, nämlich, Zitat, ein hoher Beschäftigungsstand würde bei auskömmlichen Löhnen das wirksamste Mittel zur Vermeidung von Armut sein. Nein, die Armut steigt eben trotz höherer Beschäftigungsquote. Die Menschen werden immer mehr arm, trotz mehr Arbeit. Und wir Linken sagen klar, niemand darf arm, trotz Arbeit sein. Und während in Deutschland die XXL-Erben alleine im vergangenen Jahr 15 Milliarden Euro zusammenkassiert haben, ohne einen einzigen Cent Steuer zahlen zu müssen, muss in diesem reichen Land jedes fünfte Kind in Armut leben. In Ihren Ohren muss Ihr Bericht doch wirklich wie ein Hohn klingeln. Wir brauchen jetzt endlich einen armutsfesten Mindestlohn von mindestens 12 Euro, eine Kindergrundsicherung und beendeten Sie endlich die befristeten Verträge, die erzwungene Teilzeitarbeit und das Monster Niedriglohnsektor. Dann können Sie wirklich glaubhaft von gesellschaftlicher Teilhabe für die Bevölkerung sprechen. Aber dazu braucht es eben endlich statt deren Alimentierung eine gerechte Besteuerung der Superreichen in diesem Land. Weiter heißt es in Ihrem Bericht, bezahlbares und angemessenes Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen aller Menschen. Nein, meine Damen und Herren, Wohnen ist nicht nur ein Grundbedürfnis, es ist festgeschriebenes Recht. Aber für 2000 Menschen alleine in meiner Heimatstadt Hamburg ist das ein täglicher Überlebenskampf an Hamburg-Straßen. Allein im vergangenen Monat sind drei Menschen binnen weniger Tage in Hamburg gestorben. Und das ist wirklich ein Skandal. Und auch das 680.000 Menschen wohnungslos sind in dieser Republik und es täglich mehr werden. Und was macht das Innenministerium? Sie kürzen die Gelder bei sozialem Wohnungsbau und tun alles, um den Mietendeckel in Berlin zu verhindern. Und wir sagen klar als Linke, wir brauchen endlich eine bundesgesetzliche Regelung für die Mietpreise, viel mehr sozialen Wohnungsbau und endlich die Enteinung großer Immobilienkonzerne. Es gibt nämlich das Menschenrecht auf Wohnen, aber nicht das Menschenrecht auf Profitmaximierung. Meine Damen und Herren, insbesondere auf der linkeren Seite dieses Hauses, eins haben ja Ihre großen Parteichefs, wie der Genosse der Bosse Gerd Schröder und der Straßenkämpfer Josef Fischer, den Arbeiten in diesem Land und den Arbeitslosen den Kampf erklärt. Sagen Sie sich von Ihnen endlich los, dann wird es vielleicht wieder etwas mit einem gemeinsamen Einsatz für Klimaschutz, Sozialstaat und Menschenrechte. Und vielleicht noch ein Hinweis, der aktuell sehr wichtig ist. Unterstützen Sie den Appell für Julian Assange. Sein Leben ist bedroht. Für ihn zu kämpfen, heißt auch für Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie und Menschenrechte zu kämpfen. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Margarete Bause, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, nächste Woche wird in Straßburg der Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments an den uigurischen Menschenrechtsverteidiger Ilham Tochti verliehen. Ilham Tochti kann den Preis nicht persönlich entgegennehmen, weil er wegen seines stets gewaltfreien Einsatzes für die Rechte seines Volkes in China zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Dieser Preis ist angesichts der schockierenden Dokumente der China Cables ein starkes und ein wichtiges Zeichen. Tochti steht für Millionen anderer, ob in China, in Nordkorea, im Iran, Syrien, Jemen, Ägypten, Brasilien, Russland, Türkei oder, oder, oder. Weltweit versuchen autoritäre oder totalitäre Regime, Oppositionelle und die Zivilgesellschaft mundtot zu machen. Menschenrechtsverteidigerinnen werden verfolgt, weggesperrt, gefoltert oder ermordet. Und nur, weil sie ihre grundlegenden und garantierten Rechte auf Leben, auf Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung einfordern. Wie zum Beispiel die saudische Bloggerin Eman Al-Nafjan, die sich für Frauenrechte einsetzt, oder der brasilianische Indigene Davi Kopenawa, der sich gegen die Abholzung des Regenwaldes einsetzt. Diese mutigen Frauen und Männer riskieren viel und oft sogar ihr Leben. Und sie erhoffen und sie erwarten, dass wir uns für sie einsetzen, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie unterstützen und dass wir, wo es uns möglich ist, auch schützen. Wir, die wir all die Rechte genießen dürfen, die Ihnen vorenthalten werden. Und deshalb dürfen wir zu Menschenrechtsverletzungen niemals schweigen, egal wo sie stattfinden und egal, wer sie begeht. Und da vermisse ich, trotz einiger guter Aktivitäten, eine konsequente und konsistente Haltung der Bundesregierung. Was die brutale Gewalt gegen friedliche Demonstrantinnen im Iran angeht, schweigen. Was die Konsequenzen auf die Enthüllungen der China Cables angeht, leise Treterei. Was die Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Einmarsch der Türkei in Nordsyrien angeht, bloß keine spürbaren Sanktionen. Was die staatliche Seenotrettung angeht, im Mittelmeer, erst mal abwarten. Und wenn die deutsche Rüstungsindustrie jetzt vor dem internationalen Strafgerechtshof sich verantworten muss, wegen ihrer Waffenlieferungen an die Kriegsallianz im Jemen, dann steht auch die deutsche Politik dort in der Verantwortung. Diese Bundesregierung muss endlich das tun, wofür sie sich selbst so gerne lobt, nämlich eine ganzheitliche, menschenrechtsbasierte Politik zu verfolgen, wie das in Ihrem Antrag so heißt. Fangen Sie damit an, Ihre Hausaufgaben zu machen. Ratifizieren Sie zunächst mal das Zusatzprotokoll zum UN-Sozialpakt und die Konvention zum Schutz indigener Völker. Geben Sie den Unternehmen einen klaren gesetzlichen Rahmen zum Schutz der Menschenrechte. Und schließen Sie die Lücken bei der Rüstungskontrolle. Elli Wiesel hat einmal gesagt, man muss Partei ergreifen. Neutralität hilft dem Unterdrücker, niemals dem Opfer. Stillschweigen bestärkt den Peiniger, niemals den Gepeinigten. Und das ist unsere Verpflichtung. Es gilt, die Menschenrechte zu schützen und ihre Verteidiger. Margarete Bause war das von den Bündnisgrünen. Sie ist Sprecherin für Menschenrechtspolitik. Die nächste Rednerin kommt von der SPD-Fraktion, Aldan Ösus. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal freue ich mich, dass es den Regierungsfraktionen gelungen ist, dieses Thema Menschenrechte auch mal zu einer solchen Zeit im Plenum zu debattieren. Dass es auch mal eine Aufmerksamkeit hat und nicht immer nur um 22 Uhr oder ganz spät abends, wo denn es niemand mehr mitbekommt, auch wenn es eine verkürzte Zeit für ein riesiges Thema ist. Die Einhaltung und Wahrung von Menschenrechten gehört zu unseren allerhöchsten Werten. Es wurde schon mehrfach gesagt, sie sind universal und nicht teilbar. Und das Besondere ist doch, sie gelten eben auch für diejenigen, die sie mit Füßen treten oder abschaffen wollen. Das ist eben die Schwierigkeit dieser Menschenrechte. Und deswegen brauchen wir weltweit eine breite Basis, an der wir immer wieder arbeiten müssen. Es ist keine Selbstverständlichkeit dafür zu streiten, wie wir ja oft genug gehört haben heute Morgen. Wir erleben immer wieder das Gegenteil. Sie werden nicht eingehalten, sie werden verletzt. Und das begleitet uns natürlich im Menschenrechtsausschuss Woche für Woche. Folter, sexuelle Gewalt, Tötung, Digitalverstümmelung, Kinderarbeit, Organraub. Man kann es gar nicht alles aufzählen, wie viele schreckliche Menschenrechtsverletzungen es in dieser Welt gibt. Wir können uns nur einem Bruchteil zuwenden. Das Wichtigste ist doch die Transparenz, dass wir es wissen, und die Bestrafung von Menschenrechtsverletzungen. Es ist die Grundlage für die Einhaltung. Und deshalb haben wir als SPD-Fraktion in den Menschenrechtsausschuss das Thema Straflosigkeit eingebracht, mit dem wir uns in den letzten Monaten beschäftigt haben. Wir wissen alle, viel zu oft bleiben Menschenrechtsverletzungen weltweit, aber eben auch bei uns ungestraft. Täter bleiben unbekannt. Und das ist ein furchtbarer Zustand. Wir müssen uns daher umso mehr damit befassen, wie deutsche Gerichte und Strafverfolgungsbehörden bei der Ahndung schwerster völkerrechtlicher Straftaten auch von Seiten der Gesetzgebung unterstützt werden können. Aus diesem Grund wurde auch 1998 der Internationale Gerichtshof mit Sitz in Den Haag gegründet. Und in unserer gemeinsamen Anhörung zu diesem Thema wurde unter anderem deutlich, wir brauchen viel mehr gut ausgebildete Richterinnen und Richter, und wir müssen die Rechte der Opfer stärken. Der ehemalige Richter am Internationalen Gerichtshof, Flügge, machte noch einmal deutlich, dass noch vor 30 Jahren viele sich nach so etwas gesehnt haben wie einem Internationalen Gerichtshof, aber es kaum jemand für möglich gehalten hätte, dass es das mal geben könnte. Heute ist es Realität, aber leider unter schwierigen Voraussetzungen. Professor Safferling aus Nürnberg hat dann deutlich aufgezeigt, dass auch der Generalbundesanwalt an der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien Fortbildungsmaßnahmen für andere Staaten unterstützt. Seine Expertise ist nachgefragt und somit die Erfahrung Deutschlands. Und das ist ein so wichtiges Gut und sollte unbedingt weiterhin unsere Unterstützung erhalten. Leider erfährt der Internationale Gerichtshof noch keine Unterstützung durch die Mitglieder des Sicherheitsrates USA, Russland, China, auch Indien nicht, wie wir wissen, als bevölkerungsreiches Land. Und hier gilt es, beharrlich zu bleiben, nach Lösungen zur Einbindung zu suchen, denn Straflosigkeit ist nur mithilfe einer internationalen Strafjustiz beizukommen. Und am Ende möchte ich noch mal den digitalen Raum erwähnen. Anfeindungen im Netz sind ja leider ein alltäglicher Bestandteil unseres Lebens geworden. Wohl niemand kann ernsthaft in Zweifel ziehen, dass wir Menschenrechte inzwischen auch online verteidigen müssen. Und auch das freie Internet, Herr Braun hat das angesprochen, auch das weltweite Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und zum Schluss, Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis, es geht auf Weihnachten zu, möchte ich den Missio-Präsidenten Dirk Bingener zitieren, der zum Tag der Menschenrechte sagte, wer sich für Religionsfreiheit engagiert, muss sich für die Religionsfreiheit der Angehörigen aller Religionen einsetzen. Wer auf die Lage von bedrängten Christen in Indien hinweist, darf nicht das Schicksal der muslimischen Rohingya in Myanmar oder der Jesiden im Irak vergessen. Heute wurden auch die Uiguren in China erwähnt. Zudem darf die Religionsfreiheit nicht gegen andere Menschenrechte wie etwa das der Meinungsfreiheit ausgespielt werden und umgekehrt. Ich glaube, wir haben da noch viel zu tun. Vielen Dank. Aydan Ösus war das, die ehemalige Integrationsministerin der Bundesregierung. In der Debatte um die Menschenrechtspolitik hat als Nächster das Wort Markus Frohnmeier, Sprecher für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, niemand im Bundestag ist gegen Menschenrechte. Aber die AfD stellt sich dagegen, dass plötzlich Deutschland allein für Menschenrechtsverletzungen gerade stehen soll, für die es gar nichts kann. Die Linkspartei schlägt hier und heute unter diesem Tagesordnungspunkt vor, ein Gesetz über Lieferketten zu verabschieden. Deutsche Unternehmen sollen in Zukunft die Verantwortung dafür tragen, wenn irgendwo in der Lieferkette Menschenrechte, Umweltstandards oder Arbeitnehmerrechte verletzt werden. Was heißt das konkret? Das ist mein Mobiltelefon. Dieses Mobiltelefon steht am Ende einer Wertschöpfungskette. Das Handy funktioniert natürlich nicht ohne Batterie. Für die Batterie benötigen wir unter anderem Kobalt. Kobalt wird überwiegend im Kongo abgebaut und hat nichts mit Kobalten zu tun, Frau Baerbock. Sie können sich natürlich vorstellen, dass die Kobaltförderung im Kongo nicht immer deutschen Standards entspricht. Die schlechten Standards werden von den afrikanischen Diktatoren aber gebilligt. Und dafür sollen jetzt ausgerechnet deutsche Unternehmen, die schon jetzt die höchsten Standards weltweit sicherstellen, bezahlen. Das fordert nicht nur die Linken, das fordert nicht nur die Linkspartei, sondern auch die Bundesregierung unter CSU-Minister Gerd Müller. Da wurde erklärt, ein Lieferkettengesetz zu unterstützen. Was heißt das denn, wenn deutsche Unternehmen nicht bis zur letzten Ione sicherstellen, dass deutsche Standards eingehalten werden, werden diese in Haftung genommen. Das führt zu einer massiven Verschiebung der Verantwortung. Weg von den Staaten und ihren Regierungen hin zu ausschließlich deutschen Unternehmen. Glauben Sie ernsthaft, dass Sie dann noch Investitionen von deutschen Unternehmen in Entwicklungsstaaten haben? Glauben Sie das ernsthaft? Damit schaden Sie nicht nur den Entwicklungsländern, sondern auch dem Standort Deutschland. Von der Bäckerei bis zur ohnehin schon geplagten Automobilindustrie müsste jeder Unternehmer in Zukunft seine gesamte Lieferkette minutiös kontrollieren. Jedes Samenkorn, jeder Holzspan, jede Schraube müsste auf die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards geprüft werden. Das ist bürokratische Arbeitsplatzvernichtung, meine Damen und Herren. Für die Einhaltung von Gesetzen sind noch immer die Regierungen verantwortlich und nicht deutsche Unternehmen. Ich ende deshalb mit einem Zitat von Christoph Kannengiezer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Ein Gesetz mit umfangreicher Haftung für das Handeln weit entfernter Lieferanten kann dazu führen, dass sich Unternehmen zurückziehen. Wollen Sie das wirklich? Die AfD will es nicht. Markus Frohnmeier von der AfD sprach hier einen der Anträge der Linken an, die hier auch gleich zur Abstimmung kommen. Er hat gesagt, das, was die Linke fordert, ist nicht praxistauglich, denn man kann nicht immer die Lieferketten garantieren, so seine Argumentationskette. Katja Leikert jetzt für die CDU und CSU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute debattieren wir den Menschenrechtsbericht der Bundesregierung sowie die Jahresberichte der Europäischen Union. Ich möchte gerne zwei Themen herausgreifen, weil sie mir besonders wichtig erscheinen und weil wir da ganz konkret handeln können. Das ist einmal das Thema Lieferketten, was wir eben schon diskutiert haben, und zum anderen der Umgang mit Prostitution in Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, egal ob im außereuropäischen Ausland oder hier bei uns zu Hause, Menschenrechte sind universal, nie selbstverständlich, und wir müssen uns immer wieder dafür einsetzen. Wo stehen wir bei dem Thema Lieferketten? Hier ist es so, dass viele deutsche Unternehmen schon sehr viel tun sollten. Gerade erst gestern, zum Tag der Menschenrechte, haben sich über 40 namhafte deutsche Unternehmen für ein nationales Lieferkettengesetz ausgesprochen. Und ich finde, das ist ein tolles Signal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, richtig ist aber auch, dass es mehr als 300.000 deutsche Unternehmen gibt, die im Ausland tätig sind. Und davon befassen sich leider nur, und auch das hat eine Studie ergeben, die diese Woche veröffentlicht wurde, leider nur ein Fünftel der Unternehmen wirklich im Rahmen der Selbstverpflichtung mit dem Thema Menschenrechte. Und das ist natürlich zu wenig. Hier müssen wir einfach sorgfältiger werden und besser werden. Und natürlich ist es Unsinn, wenn Sie von der Linken hier drüben so tun, als würde unser Reichtum in der nördlichen Hemisphäre nur von der Armut des Südens abhängen. Es ist so, wie wir schon im ersten Semester Volkswirtschaftslehre lernen, liebe Frau Nastic, dass natürlich auch die Armen und die Ärmsten vom Welthandel profitieren. Aber richtig ist eben auch, dass wir hohe Maßstäbe anlegen müssen an Menschenrechte ohne Kompromisse. Wir erlauben zu Hause keine Kinderarbeit und wir sollten sie weltweit ächten. Wir wollen zu Hause hohe Arbeitsstandards, faire Löhne. Und deshalb ist es auch wichtig, dass derjenige, der am Ende der Lieferkette eben arbeitet, auch von seinem Lohn leben kann. Und wir sollten sie auch international einfordern. Deutschland hat hier eine ganz besondere Verantwortung. Deutschland ist drittgrößtes Exportland. Deutschland ist auch drittgrößtes Importland. Sind wir mit diesem Anspruch irgendwie allein in der Welt? Nein, das sind wir nicht. Es gibt europäische Länder wie zum Beispiel Frankreich, die bereits ein sehr ambitioniertes Lieferkettengesetz haben. Großbritannien hat eins, die Niederlande, aber auch die USA und Australien. Sehr verehrte Damen und Herren, ich danke in diesem Zusammenhang Entwicklungshilfeminister Gerd Müller, der heute hier auch vertreten ist von Maria Flachsbad, genauso wie Bundesminister Hubertus Heil. Und ich unterstütze Sie darin, im Rahmen unserer EU-Ratspräsidentschaft dieses Thema aufzugreifen. Und es tut gut, dass wir diese Debatte heute hier führen. Mein zweites Thema richtet sich auf ein Menschenrechtsproblem vor unserer eigenen Haustür. Die völlig inakzeptable Situation für die allermeisten Prostituierten in unserem Land. Und wenn wir uns einmal erinnern, wir hatten 2002 ein Prostitutionsgesetz unter der damaligen rot-grünen Bundesregierung. Das war der Versuch, Prostitution als ein Gewerbe wie jedes andere zu sehen, ein Beruf wie jeden anderen. Das ist kläglich gescheitert, wie wir hier auch alle anerkennen müssen. Wir haben dann nachgebessert mit dem Prostituierten-Schutzgesetz. Leider hat aber diese Maßnahme nicht die Lage der Prostituierten so verbessert, dass wir damit zufrieden sein gucken können. Wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sind es gerade mal 33.000 Prostituierte, die legal angemeldet sind. Seriöse Schätzungen gehen aber davon aus, dass es in diesem Land mehr als 400.000 Prostituierte gibt und damit einen riesigen illegalen Bereich. Bereits jetzt ist klar, dass weder Anmeldepflicht noch die gesundheitlichen Maßnahmen durchgeführt werden. Wir haben es in diesem Bereich zu tun mit Menschenhandel, Zwangsprostitution und sexueller Ausbeutung. Ich finde, die Lage ist so dramatisch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir jedenfalls nicht noch mal zehn Jahre abwarten können. So lange würde es nämlich dauern, wenn das Gesetz 2025 überprüft werden würde und danach dann irgendwann gesetzliche Maßnahmen kommen würden. Wir müssen viel eindeutiger klarmachen, was wir in Deutschland wollen. Ich persönlich und einige bei uns auch haben viel Sympathie für das sogenannte nordische Modell, das in Skandinavien, aber auch beispielsweise in Irland und Kanada Gesetzeslage ist. Die klare Kriminalisierung von Freiern und eben nicht der Prostituierten. Prostituierte brauchen unsere Hilfe beim Ausstieg aus diesem entwürdigenden Gewerbe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind ja in Deutschland bei vielem führend. Aber der Titel Bordell Europas, der steht uns wirklich nicht gut und der muss weg. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind in Deutschland sehr ambitioniert mit der Umsetzung von Menschenrechten. Menschenrechte, auch das hat der Minister gesagt, Menschenrechte enden nicht an unseren Grenzen. Und auch zu Hause gibt es noch viel zu tun. Seien wir hier konsequent. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert über die Menschenrechtspolitik. Die nächste Rednerin kommt von der FDP-Fraktion, Sandra Weser. Sie ist Opfer im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Meine Damen und Herren, Herr Frohnmeier, niemand möchte, glaube ich, T-Shirts aus menschenunwürdigen Produktionen kaufen. Aber mir fehlen bei Ihren Ausführungen, um ehrlich zu sein, die Lösungsansätze. Ja, das Wort Wirtschaft kommt in den Berichten öfters vor als das Wort Arbeit, nämlich ganze 274 Mal. Und jetzt fordern die Linken ein abstruses Lieferkettengesetz, das sich anlässt wie eine Zwangsjacke. Und zwar ab Größe S. Das trifft nämlich Unternehmen ab, 250 Mitarbeiter. Und das würden in Deutschland 15, mehr als 15.000 Unternehmen betreffen. Wir müssen uns doch hier fragen, was bedeutet das für deutsche Unternehmen. Das bedeutet vor allen Dingen viel Bürokratie. Das bedeutet mehr Berichtswesen, mehr Prozesse. Und ja, aber ich erkläre es jetzt gerne nochmal und setze auch meine Lösungsansätze dazu, wenn Sie mir noch einen Augenblick zuhören. Der Staat wälzt hier seine Aufgaben mit diesem Gesetz auf die Unternehmen ab. Und da vergeht kleinen Unternehmen, ehrlich gesagt, auch die Lust aufs Weitermachen. Heute denkt jedes fünfte Familienunternehmen bei der Nachfolge darüber nach, dicht zu machen. Und was ist der Grund? Zu viel Bürokratie. Und manch ein Mittelständler wird dann eben nicht mehr in den schwierigen Ländern wie Asien oder Afrika produzieren. Und ohne deutsche Investitionen gäbe es aber auch in diesen Produktionsländern keine dualen Ausbildungszentren mehr. Und es gäbe auch eben keine Communityarbeit mehr. Stattdessen überlassen wir Unternehmen aus weniger regulierten Ländern mit fragwürdigen Standards, wie zum Beispiel China, hier das Feld. Gut gemeint ist eben nicht gut gemacht. Deutschland hat mit seiner Freihandelspolitik zu Wohlstand auf der ganzen Welt beigetragen. Und dafür gesorgt, dass weniger Menschen weltweit in menschenunwürdigen Bedingungen leben. Und in den Freihandelsabkommen der EU setzt sich Deutschland für moderne Nachhaltigkeitskapitel mit Arbeit- und Umweltstandards ein. Und Herr Heil kann nicht die Aufgabe des Staates, Menschenrechte durchzusetzen, durch ein nationales Lieferkettengesetz auf den Mittelstand übertragen, meine Damen und Herren. Werten Sie doch erstmal all Ihre Fragebögen aus, wenn Sie natürlich das auch an die richtige E-Mail-Adresse schicken, vorausgesetzt. Und machen Sie dann eine politische Bewertung. Weil das Ergebnis konnte vielleicht sein, dass die Regierung Unternehmen bessere Informationen zu Menschenrechtsrisiken liefern müsste. Und dass zwischenstaatliche Kooperationen strategischen Einfluss bringt, wie zum Beispiel mit Freihandelsabkommen. Klar ist, die Achtung der Menschenrechte ist für die Wirtschaft unabdingbar. Und ganz besonders dem aktuellen Systemwettbewerb zwischen unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Ein Lieferkettengesetz ist aber nicht der richtige Ansatz. Und es würde deutschen Unternehmen und Produktionsländern schaden. Deswegen unterstützen Sie bitte den ehrbaren Kaufmann. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Michel Brandt, Die Linke. Herr Präsident! Meine Damen und Herren, als Verfechterin der Menschenrechte, als Bollwerk der europäischen Werte. Ja, so inszeniert sich die Bundesregierung gerne in der Öffentlichkeit und auch in ihren Berichten. Das Gegenteil ist leider viel zu oft der Fall. Sie treibt global die soziale Spaltung mit ihrer rücksichtslosen Wirtschafts- und Freihandelspolitik voran. Die Menschenrechte spielen dabei keine Rolle. In Brasilien kündigt der faschistische Präsident Bolsonaro an, den Amazonas-Regenwald zur Nutzfläche umzufunktionieren. Er erklärt denen den Krieg, die die grüne Lunge schützen wollen. Und trotzdem hält die Bundesregierung am Mercosur-Abkommen fest. Aber Freihandelsabkommen wie Mercosur, TTIP und CETA sind Menschenrechts- und Klimakiller und dienen rein dem Profit. Die rücksichtslose Handelspolitik wird auch am Beispiel Bolivien deutlich. Der indigene Präsident Morales wird weggeputscht. Und die Bundesregierung nutzt das Chaos, um den geplanten Lithium-Deal des baden-württembergischen Konzerns ACI durchzusetzen. Das ist Neokolonialismus, wie er im Buche steht, meine Damen und Herren. Wir wollen eine grundlegend andere Handelspolitik, die die Umwelt und die Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt. Und deshalb fordern wir seit langem ein Lieferkettengesetz, mit dem Unternehmen endlich verpflichtet werden, internationale Menschenrechtsstandards auch einzuhalten und umzusetzen. Betroffene von Konzernverbrechen müssen auch an deutschen Gerichten endlich klagen können. Doch die Bundesregierung versucht genau das seit Jahren zu verhindern. Mit freiwilligen Selbstverpflichtungen hilft sie Konzernen weiter, ungestraft von Umweltzerstörung und der Verletzung von Arbeitsrechten zu profitieren. Aber das Konzept der Freiwilligkeit ist gescheitert. Im Rahmen des sogenannten nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte wurde ja eine Unternehmensbefragung durchgeführt. Lachhafte 20 Prozent der teilnehmenden Konzerne hat gerade mal ein Mindestmaß der menschenrechtlichen Anforderungen umgesetzt. Und deswegen fordern wir heute mit unserem Antrag endlich ein verbindendes Lieferkettengesetz. Damit sind wir übrigens auch nicht alleine. 70 NGOs und Gewerkschaften sowie Parteitagsbeschlüsse von SPD und ja sogar der CDU wollen dasselbe. Und das wäre dann doch auch endlich mal ein konkreter Beitrag zur Fluchtursachenbekämpfung. Sie benutzen dieses Wort ja gerne und inflationell. Was sie dann aber machen ist meist reine Fluchtbekämpfung. In Algerien werden Migrantinnen durch eine von der EU finanzierten Mauer zurückgehalten. Der türkische Grenzschutz, den die EU mit 80 Millionen Euro finanziert, schießt auf syrische Geflüchtete. Wenn es Schutzsuchende überhaupt bis aufs Mittelmeer schaffen und sie nicht ertrinken, werden sie von EU finanzierten und ausgebildeten libyschen Milizen zurück in Folterlager gebracht. Und die, die es trotz all dieser Hürden nach Europa schaffen, sperren sie in sogenannte EU-Hotspots. Aber die Zustände in diesen Lagern sind katastrophal. Alleine im völlig überfüllten Lager Moria auf Lesbos sind tausend unbegleitete minderjährige Kinder. Holen Sie doch zumindest die aus diesen elenden Zuständen raus. Dass Schutzsuchende auf dem Boden der EU solche unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt sind, ist eine Bankrotterklärung an die Menschenrechte. Herr Kollege, Herr Kollege. Hören Sie auf, Menschenrechte bloß als Phrase zu missbrauchen. Machen Sie sie stattdessen endlich zur Grundlage Ihres außenpolitischen Handelns. Dankeschön. Herr Kollege, fordert Michael Brandt von der Linken. Kai Gehring hat jetzt das Wort von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Sprecher für Forschung, Wissenschaft und Hochschule. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Menschenrechte müssen für die Politik der Bundesregierung durchgängig Priorität haben, hierzulande und auf internationaler Bühne. Und sie muss dafür brennen. Und daran fehlt es. Wir brauchen dringend mehr zivile Krisenprävention und mutige multilaterale Diplomatie. Herr Minister, es ist Zeit für ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Wir brauchen mehr Klimaschutz, starke Frauen- und Kinderrechte und endlich fairen Handel. Herr Minister, kämpfen auch Sie endlich für ein Lieferkettengesetz, das wirkt. Die Bundesregierung und ihrem Bericht fehlt eine wirklich übergeordnete Strategie für eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik. Sie sind zu hasenfüßig und das muss sich dringend ändern. Die Lage in der EU blendet der Menschenrechtsbericht sogar aus, obwohl wir auch hier auf unserem Kontinent viel wachsamer sein müssen. Denken wir an die Kriminalisierung von Seenotrettern, an die brutalen Attacken gegen LGBTI, Roma und Muslime. Oder denken wir an die Schwächung der Rechtsstaatlichkeit und Wissenschaftsfreiheit in Ungarn. Deutsche und europäische Menschenrechtspolitik müssen hier klar Farbe bekennen, statt in leise Treterei zu verharren. Und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft muss die Chance dafür nutzen. Und dafür braucht auch die Menschenrechtsarchitektur der Bundesrepublik mehr Schlagkraft. Es ist doch unzumutbar skandalös, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes seit zwei Jahren ohne Chef oder Chefin dasteht. Und dass die Menschenrechtsbeauftragte so unterausgestattet ist, heute nicht mal redet. Dass nicht jede Auslandsvertretung eine Referentin oder einen Referenten für Menschenrechte hat. Und wie wenig die Bundesregierung auf unser aller deutsches Institut für Menschenrechte hört, das exzellente Arbeit leistet. Herr Außenminister, es wäre auch Ihr Job, das zu ändern. Letzte Sitzungswoche haben wir als Grüne im Bundestag den 30. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention in Erinnerung gerufen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier echt traurig auseinander. Kinder leiden ganz besonders unter Menschenrechtsverletzungen. Und beim Familien- und beim Geschwisternachzug könnte diese Bundesregierung humanitär sofort großherzig handeln. Kinderrechte gehören mehr in den Mittelpunkt, denn eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik, die muss auch immer kindergerecht sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der UN-Menschenrechtsrat hat Deutschland in der periodischen Überprüfung die Leviten gelesen und aufgefordert, stärker gegen jede Form von Rassismus vorzugehen. Von Antiziganismus über Transfeindlichkeit bis Antisemitismus. Und das ist bitter nötig. Und jede AfD-Rede hier im Plenum beweist die Dringlichkeit. Die Würde des Menschen muss unantastbar sein, hier und überall. Menschenrechte zu schützen und Grundfreiheiten zu garantieren, muss Kernaufgabe jedes Staates sein. In liberalen Demokratien wie der unsrigen ist die Universalität der Menschenrechte in ganz guten Händen. Wir müssen aber viel mehr dafür tun, damit es so bleibt und damit weltweit mehr Menschen in Frieden und Freiheit leben können. Kai Gehring von Bündnis 90 Die Grünen hat hier noch einmal einen Appell gestartet, nicht nur ins Ausland zu schauen, wenn es um die Frage der Menschenrechtspolitik geht. Und hat sich noch einmal dezidiert ausgelassen, was hier alles in Deutschland noch besser werden müsste. Sebastian Brehm jetzt für die CDU-CSU. Am 10. Dezember wird der Tag der Menschenrechte dank der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte seit 1948 international gefeiert. Durch diese Erklärung haben die Vereinten Nationen jedem Menschen auf dieser Erde die gleichen Rechte und Freiheiten zugesichert. Ein Ziel, was wir alle teilen. Doch die Realität sieht leider anders aus. Weltleid sind im Bereich der Menschenrechte und im Bereich Demokratie leider große Rückschritte zu verzeichnen. Das zeigt der 13. Bericht der Bundesregierung und ihrer Menschenrechtspolitik für den Zeitraum 2016 bis 2018 deutlich auf. Schauen wir beispielhaft in einzelne Länder. Venezuela mit der anhaltenden Destabilisierung, der politischen Destabilisierung des Landes. El Salvador mit einer hohen Gewaltkriminalität von Jugendbanden. 64 Morde pro 100.000 Einwohner. Das würde für meine Heimatstadt Nürnberg über 300 Morde an Bandenkriminalität bedeuten. Der Krieg in Syrien, die Rohingya in Bangladesch und Myanmar. Wir konnten ja hier schon diskutieren im letzten Jahr. Aber auch in Afrika, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, mit unzählig bewaffneten Gruppen übrigens 4,5 Millionen Binnenflüchtlinge. Die größte Anzahl von Flüchtlingen in Afrika. Und natürlich leider auch die Menschenrechtslage in China mit einem harten Regime der Kommunistischen Partei. Viele einzelne Punkte konnten wir ausführlich in diesem Jahr diskutieren. 1,5 Millionen inhaftierte Uiguren in Umerziehungslagern oder der Fallongong. Hier gibt es Berichte über rechtswidrige Inhaftierungen, Zwangsarbeit, Organraub und missbräuchliche psychiatrische Maßnahmen. Das sind alles besorgniserregende Entwicklungen. Und da gibt es natürlich noch leider ganz viele andere Länder, die uns vor Augen führen, dass der Einsatz und der Schutz für Menschenrechte und Demokratie auf globaler Ebene wichtiger ist denn je zuvor. Liebe Kollegin Nastrich, wenn Sie in Ihrer Diskussion Mindestlohn, Vermögensteuer und Mietendeckel in diese Diskussion mit einbringen, dann schlagen Sie mit der Faust denjenigen ins Gesicht, die täglich gefoltert werden, die täglich bedroht werden, weil sie sich für Menschenrechte einsetzen und getötet werden. Das ist beschämend, liebe Kollegin, das ist beschämend. Übrigens, Sie sprechen beide von den Linken kein Wort zu Venezuela und kein Wort zu China, weil das Ihre kommunistischen Freunde sind. So schaut es aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Konflikte und diese Gewalt und diese Unterdrückung und Verfolgung sind die Ursachen dafür, dass Menschen zur Flucht gezwungen werden. Allein in 2018 über 70 Millionen Menschen. Und wenn wir Flucht und Vertreibung verhindern oder zumindest vermindern wollen, dann müssen wir alle Bemühungen darauf richten, dass Menschenrechtsverletzungen weltweit in den Fokus gerückt werden, dass Menschenrechtsverletzungen weltweit bekämpft werden und das aber auch, und das konnten wir heute auch besprechen, dass Menschenrechtsverletzungen auch international vor den Strafgerichtshof kommen. Und hier wurde der Strafgerichtshof ja auch aus meiner Heimatstadt geprägt. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Nürnberger Prozessen wurde der Grundstein gelegt für das internationale Völkerstrafrecht. Und deswegen müssen wir alles tun, um den internationalen Strafgerichtshof auch zu stützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bericht der Bundesregierung widmet sich mit dem Brennpunktthema auch dem weltweiten Problem der illegalen Organspende und Organhandels. Und damit eklatanten Menschenrechtsverletzungen. Ich konnte ja bei Falun Gong bereits darüber sprechen. Nach Angaben der WHO hat sich der illegale Organhandel in den vergangenen Jahrzehnten zu einem globalen Problem entwickelt. Immer weniger Spenderorgane sind vorhanden, bei einem wachsenden Bedarf von Spenderorganen. Und dennoch ist dieses Thema in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Ich glaube, wir müssen in den kommenden Monaten hier einen Fokus darauf richten. Und das ist nicht mit dem Bericht abgeschlossen und kann mit dem Bericht auch nicht abgegolten sein. Hier müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten einen Fokus darauf richten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, und das sage ich auch als überzeugter Christ, und wir müssen natürlich auch mit großer Sorge betrachten, dass es weltweit immer mehr Angriffe auf die Religions- und Weltanschauungsfreiheit gibt. Alleine 200 Millionen Christen sind weltweit verfolgt und in ernster Gefahr. Sie werden gefoltert, verfolgt, getötet. Das ist ein Zustand, den wir nicht hinnehmen dürfen. Und deswegen dürfen wir auch hier keine Akzeptanz haben. Wir müssen in den nächsten Debatten die Menschenrechtsdebatte immer wieder in den Vordergrund stellen. Wir müssen im nächsten Jahr auch die Menschenrechtsverletzungen immer wieder auch in dieser Zeit im Deutschen Bundestag diskutieren und wir gemeinsam mit der Öffentlichkeit darüber reden, dass wir hier mehr tun müssen, dass wir hier verstärkt arbeiten müssen. Und dafür wollen wir uns einsetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Josefine Ortlep, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Alle zwei Jahre ein Menschenrechtsbericht, alle zwei Jahre ein Blick auf die Menschenrechtslage weltweit. Oft sehen wir dabei vor allen Dingen die anderen. Wir sehen die fehlenden Frauenrechte in Saudi-Arabien, die eingeschränkte Meinungsfreiheit in China oder die abnehmenden Rechte der indigenen Bevölkerung in Brasilien. Das ist wichtig. Ich will meine drei Minuten Redezeit aber auch dazu nutzen, den Blick auf uns selbst zu richten. Denn dieser Blick auf unsere eigene Gesellschaft und auf unsere eigenen Probleme bei der Umsetzung menschenrechtlicher Garantien fällt uns oft schwer. Blicke ich auf die vergangenen Jahre zurück, so sehe ich eine Gesellschaft, in der Rassismus in Sprache und Tat zunimmt. Deutschland hat ein Problem und dieses Problem heißt Rassismus. Und Rassismus greift das an, was jedem Menschenrecht inne wohnt, die Garantie für alle universell zu gelten. Fremdenfeindliche Gewalttaten haben sich im Jahr 2018 nach Angaben des Bundeskriminalamtes im Vergleich zum Jahr 2012 mehr als verdoppelt. Mehr als 190 Menschen wurden nach Angaben der Amadeo-Antonio-Stiftung seit der Wiedervereinigung aufgrund rechter Gewalt ermordet. Mehrheitlich aus rassistischen Motiven. Rassismus ist tödlich. Das wissen wir nicht erst seit dem NSU. Wir müssen dafür sorgen, dass er es nicht bleibt. Wir haben die historische und politische Verantwortung, den Blick ganz genau auf uns selbst zu richten. Denn es liegt an uns, Rassismus und andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten entschlossen zu bekämpfen. Auch dazu ermahnt uns dieser Bericht. Die Bundesregierung hat ihre Anstrengungen weiter verstärkt in der Strafverfolgung, in der politischen Bildung, in der Verfolgung von Hasskriminalität im Internet. Doch trotz dieser Anstrengungen sind rassistische Übergriffe, noch heute noch an der Tagesordnung, ob in Chemnitz, wo Menschen mit mutmaßlichem Migrationshintergrund durch die Straßen gejagt wurden, oder im Netz, wo rassistische Beleidigungen zur Normalität gehören. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Der vorliegende Menschenrechtsbericht der Bundesregierung zeigt uns, dass der Kampf gegen Rassismus weiterhin unserer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Wir brauchen einen Grundkonsens im Kampf gegen Rassismus. Deshalb ist es gut, dass wir die Mittel gegen Rechts im Förderprogramm Demokratie leben erhöht haben, um rassistische Strukturen zu bekämpfen. Damit stärken wir die, die unsere Demokratie stärken. Lassen Sie uns gemeinsam klarmachen, dass Rassismus in all seinen Formen ein Angriff auf die Universalität der Menschenrechte ist. Lassen Sie uns gemeinsam für das Versprechen der Menschenrechte eintreten. Das Versprechen, dass alle Menschen gleich an Würde und Rechten geboren sind. Vielen Dank. Josephine Ortlepp war das von der SPD. Der Bundestag debattiert über die Menschenrechte. Der Bundesaußenminister hat hier noch einmal dargestellt, dass in vielen Regionen der Welt wieder ein Rückschritt der Menschenrechtspolitik zu verzeichnen ist. Aber es gibt durchaus auch in Deutschland einen ein oder anderen Verbesserungsansatz. Stefan Ruhnhoff jetzt für die CDU und CSU. ... alle Parteigrenzen hinweg ein gemeinsames Ziel zu einen. Wir wollen darauf hinwirken, dass sich die Menschenrechtslage in Schwellen- und Entwicklungsländern und auch weltweit weiter verbessert. Denn wir sind Demokraten, jedenfalls die meisten hier im Hause, im Bundestag. Und die Achtung der Menschenrechte gehört zu unseren Kernelementen der Demokratie und zu unserem demokratischen Selbstverständnis. Aber auf dem Weg dorthin gibt es dann doch sehr unterschiedliche politische Ansätze. Es verwundert mich daher auch nicht, dass die Linken in ihrem Antrag zu einem Lieferkettengesetz für verbindliche soziale, ökologische und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten sehr rigide Forderungen aufstellen. Gesetzliche Sorgfaltspflichten bereits ab 250 Mitarbeiter, was in Deutschland, und das haben die FDP ja auch gerade schon gesagt, mehr als 15.000 Unternehmen und viele Millionen Beschäftigte betreffe. Die Einbeziehung der gesamten Wertschöpfungskette und vieles mehr. Was mich allerdings dann doch wundert, ist die sehr bizarre Sicht der Linken auf die deutsche Unternehmenswelt. Eine Sichtweise, die von Vorurteilen geprägt und von nichts zu übertreffen ist. Profit- und raffgierige deutsche Unternehmen beuten die Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern aus. Sie treten die Rechte von Arbeitern sowie lokalen und indigenen Bevölkerungsgruppen mit Füßen und stopfen sich die eigenen Taschen voller Geld. Das ist der Tenor Ihres Antrages. Das ist also der Blick der Linksfraktion auf unsere deutsche Wirtschaft. Sie bringen in Ihrem Antrag sogar zustande, am Beispiel tragischer und schlimmer Vorfälle, die ich hier ganz sicher nicht kleinreden möchte, alle deutsche Unternehmen unter Generalverdacht zu stellen. Meine Damen und Herren, wir können uns als Unionsfraktion das nicht einfach so gefallen lassen und das auch nicht einfach so stehen lassen. Deutsche Unternehmen haben in vielen Ländern weltweit erheblich zur wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen. Und Herr Brandt, Sie haben von Neokolonialismus gesprochen, davon gesprochen, dass Neokolonialismus durch Freihandelsabkommen gefördert wird. Wissen Sie, was neokolonialistisch ist? Eine linke Politik, die eine Politik verfolgt, an der die Welt am deutschen Wesen genesen soll. Deutsche Unternehmen haben neue Arbeitsplätze in Ländern, in Schwellen- und Entwicklungsländern geschaffen, Menschen aus der Armut gebracht und im Laufe der Zeit höhere Standards im Umwelt-, Arbeits- und Sozialbereich etabliert. Und wie erfolgreich das gelungen ist, sehen wir heute unter anderem an vielen südostasiatischen Ländern. Neue Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten eröffnen Eltern die Chance, ihre Kinder in die Schule zu senden, statt sie zur Existenzsicherung auf die Felder zu schicken. Dies trägt auch zur Reduzierung der Kinderarbeit bei. Deutsche Firmen nutzen heute eine Vielzahl von Instrumenten zur Einhaltung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten in Lieferketten. Zertifizierungen, Rückverfolgungssysteme, Siegel, Nachhaltigkeitsprogramme – diese Entwicklungen begrüßen wir als Unionsfraktion ausdrücklich. Mit dem nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte haben Union und SPD deshalb auch beschlossen, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Wir haben einen ganz konkreten Fahrplan aufgestellt. Und ich appelliere an uns, auch sich an diesen Fahrplan zu halten und keine voreiligen Schlüsse und Schnellschüsse zu gehen. Unser erklärtes Ziel ist und bleibt, deutsche Unternehmen sollen bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten im Ausland eine noch größere Verantwortung für die Achtung von Menschenrechten übernehmen. Denn es gibt noch zahlreiche Herausforderungen, die wir auf dem Weg natürlich auch erledigen müssen und die wir auch nicht unter den Teppich kehren wollen. Aber als Unionsfraktion wollen wir eine größere menschenrechtliche Sorgfalt gemeinsam mit der Wirtschaft und nicht gegen die Wirtschaft erreichen. Wenn wir die Lebenssituation der Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern wirklich verbessern wollen, dann brauchen wir unsere Wirtschaft vor Ort als Partner. Und das ist auch in unserem langfristigen strategischen Interesse. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich als Christdemokrat eines sehr deutlich sagen. Jeder Verstoß gegen die menschenrechtliche Sorgfalt ist ein Verstoß zu viel. Egal in welchem Unternehmen und wo auf der Welt. Aber egal ob freiwillige Selbstverpflichtungen oder gesetzgeberische Maßnahmen, deutsche Unternehmen werden nicht in der Lage sein, fehlende Staatlichkeit, Politik- und Verwaltungsversagen oder gar staatlich initiierte Menschenrechtsverletzungen in Drittstaaten durch menschenrechtliche Sorgfaltspflicht zu kompensieren. Das ist eine Aufgabe, mit der sich die Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit befassen muss und für die sich diese Politik verstärkt auch einsetzen muss. Dankeschön. Stefan Ruhenhoff von der CDU-CSU war der letzte Redner in dieser Debatte. Jetzt kommt sie zu einer Reihe von Abstimmungen. Wir hören mal dem Bundestagspräsidenten zu. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 15881 in Kenntnis des Berichts der Bundesregierung auf der Drucksache 7730 eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist also jetzt der Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik, wird hier abgestimmt. Wer enthält sich, dann ist das mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen von AfD und Linke bei Enthaltung von Bündnis 90 die Grünen und FDP die Beschlussempfehlung angenommen. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf der Drucksache 15884. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Entschließungsantrag. Linke, Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Entschließungsantrag gegen die Stimmen von Linke, Bündnis 90 die Grünen mit den Stimmen des übrigen Hauses abgelehnt. Tagesordnungspunkt 11b. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe auf der Drucksache 15882. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung. Ja, und hier gilt es unter anderem um mehrere europäische Richtlinien, unter anderem zu dem Entwurf des EU-Jahresberichts über Menschenrechte und Demokratie in der Welt im Jahre 2016. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung mit den Stimmen der Koalition bei Enthaltung der FDP gegen die Stimmen der übrigen Fraktionen angenommen. Tagesordnungspunkt 11c. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Soziale Ungleichheit überwinden, soziale Menschenrechte garantieren. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 10721, den Antrag der Fraktion Die Linke auf der Drucksache 4561 abzulehnen. Die Linke will sicherstellen, dass die Bundesregierung die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte in den verschiedenen Politikfehlerlern achtet, schützt und gewährleistet.